Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich was ganz besonderes. Ne, habe ich nicht, ich habe sowas wie jede Woche eigentlich, so wie jeden Freitag, japanische Werbung. Los geht's! Hab ich mal gespannt, was da heute kommt. Na, das ist mal geil, frittiert der Nigiri. Nigiri, äh, die war schon irisch. Was? Reclutiert. Online, oh, Reclutiert. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kaugumi oder so, keine Ahnung. Wir machen alle Kinder glücklich, ja, kauft gerne bei uns Autos. Das war doch gerade eine Final Fantasy Musik, oder? Tschüss, Teddybär. Wer steuert ihn? Wer steuert ihn? Ich habe auch vorher die geile Werbung für den Schurge-Riegel. Was? Was? Äh, Bier. Anscheinend ist es warm, das Getränk. Kampai! Ja, ist das heiß. Jetzt hat es gut an den Nomaden. Die Freunde sind sogar, wenn das Essen mit ihnen redet, also so frisch ist es. Das ist so cool, sowas will ich auch haben, Mann, diese Trommeln. Das ist so kalt, das habe ich doch in der Arcade-Station gespielt. Sasario, Sasario. Na, El, was trinkst du? Coca-Cola Light. Das ist echt so eine Coca-Cola-Werbung, so eine amerikanische, verfackt ins japanische. Krass. 7-Eleven. 7-Eleven-Krismas-Cake. Merry Christmas! Merry Christmas! AKB Original-Cake. Wir haben auch Fertig-Gruppen für euch. Alles, was ihr zum Festhalten braucht. Weil wir feiern Weihnachten, obwohl wir an anderen Glauben haben. Diese Weltkrankung wird nur die ganze Zeit langsame Zeit, um eine Jahrzehnte. Und er wird die neue Jahrzehnte nicht mehr zufrieden. Hey, das ist meine Kamera! Ich swear, das ist meine Kamera! Was will diese Werbung hinaus? Alles klar! Ich habe ihn geschickt. Ich bin mir gar nicht bereit, wenn ich einen guten Jahrzehnte habe. Ich habe einen guten Tag. Ich habe einen guten Tag! Unglaublich! Ja, genau! Es ist eine Kaffee-Werbung. Alles klar! Das ist UFO. Hä? Sie werden in seinen Arsch fassen. Das ist LED. Alles gut. Das ist wirklich. ECHO! was ist da gerade passiert es ist halt einfach nur ein handy game die sind einfach so groß diese games so heftig von fauchon diesen sommer wird es heiß am ende wahrscheinlich nur auf ihrem handy so wie es ausschaut never lose exil card game alles klar alles klar ja dann würde ich mal sagen das war's für diese woche war schon irgendwie ein bisschen crazy wieder ich bin wie immer fasziniert und geschockt zugleich aber es ist halt einfach so geil dass es sich so komplett von uns unterscheidet wir sehen uns bei der nächsten folge sayonara